Ja, setzt euch bitte. Wir haben heute ausnahmsweise wieder eine Lesepredigt, eine Predigt von Johann Gerhard Onken, weil Robert noch in Dänemark ist und Nathanael diese Woche zum dritten Mal Vater geworden ist. Und trotzdem wollen wir diese Predigt ernst nehmen und auch darauf hören, dass sie auch an uns gerichtet ist. Mich hat die Predigt sehr bewegt und ich denke, es wird für uns alle ein Segen sein. Also es ist eine Ordinationspredigt aus dem Jahr 1865, gehalten von Johann Gerhard Onken bei der Ordination von 14 Missionsarbeitern. Also ein sehr interessanter geschichtlicher Hintergrund. Und die Predigt ist überschrieben mit dem Titel Das Kleinod der Zeugen Christi. Das Kleinod der Zeugen Christi. Und der Predigtext, auf den er dann eingehen wird, ist 2. Timotheus 2, die Verse 8 bis 10. Geliebte Brüder in Christo, die ernste Stunde ist gekommen, in der ihr in Übereinstimmung mit den Wünschen der Gemeinde, die euch zum Unterricht hierher gesandt haben, nach gutem alten apostolischen Brauch durch Gebet und Handauflegung der Ältesten als Zeugen des auferstandenen Heilands der Gnade Gottes befohlen werden sollt. Wir gehören nicht zu den Sekten, die da vorgeben, in gerader, ununterbrochener Linie von den Aposteln abzustammen. Wir glauben an keine apostolische Sukzession der Bischöfe, der Ältesten, der Prediger. Es liegt uns fern, uns die Machtvollkommenheit beizulegen, den Heiligen Geist durch die Ordination mitteilen zu können. Wir halten es vielmehr mit dem Apostel Paulus, der uns berichtet, dass unsere Tüchtigkeit, das Evangelium zu predigen, von dem Herrn kommt, der nach seiner souveränen Gnade sich die Leute ersehen hat, die ihr Leben seinem Dienst weihen sollen, der ihnen die nötigen Fähigkeiten gibt, ohne die Dazwischenkunft eines armen, schwachen, wenn auch gottseligen Menschen, und zwar dadurch, dass er sie durch den Heiligen Geist in die Tiefen seines Wortes einführt. Wir sind der Hoffnung und Zuversicht, dass der Herr euch, meine Brüder, schon ein gewisses Maß an Tüchtigkeit zu seinem Dienst verliehen hat und dass dieselbe euch je länger, je mehr zuteil werden wird. Wenn ihr euch einfach haltet an das allein untrügliche Buch auf Erden, dieses Buch in demütigem Geist betend und anhaltend studiert, euch haltet an den Anhalt dieser göttlichen Urkunde, ohne davon und ohne davon abzutun oder zuzutun, so werdet ihr immer mehr befähigt werden, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Trotzdem, wir euch nun durch die Ordination keine Amtsgaben verleihen können, so üben wir doch nach dem apostolischen Brauch die Handauflegung und wir glauben, guten Grund dafür zu haben. So war es doch im Zeitalter der Apostel ein feierlicher Akt, wenn den Bischöfen, den Predigern, den Ältesten und den Dienern, welche erwählt waren zum Dienst an der Gemeinde, den Diakonen, wenn ihnen von den Aposteln die Hände aufgelegt und sie unter Gebet und Flehen in ihr Amt eingeführt wurden. Es war solches Beides der Ausdruck des Wohlgefallens der Gemeinde, an der nach ihrer Überzeugung vom Herrn stattgefundenen Berufung, wie auch ihrer herzlichen gemeinsamen Fürbitte. Ja, wir finden im 13. Kapitel der Apostelgeschichte ausdrücklich, dass der Heilige Geist der Gemeinde in Antiochien befahl, aus ihrer Mitte die Brüder Barnabas und Saulus, welcher von nun an Paulus heißt, zu dem besonderen Werk in Gemäßheit seiner Berufung auszusondern, welches durch Fasten, Beten und Handauflegung auch geschah. Demnach war und ist die Ordination nichts mehr und nichts weniger, als die feierliche Anerkennung der göttlichen Berufung von Seiten der Gemeinde. Und wenn es dem Heiligen Geist gefiel, eine besondere, spezielle Berufung an Diener des Evangeliums zu richten, so hatte die Gemeinde dieselbe durch den entsprechenden Akt öffentlich zu besiegeln. Dabei wurde noch etwas geübt, dass wir fleischliche Menschen längst über Bord geworfen haben, nämlich ein Teil des Tages wurde zum Fasten bestimmt, welches gewiss Nachahmung verdient. Gestattet mir nun, bevor wir eurer Berufung zum Predigtamt den sichtbaren Ausdruck geben, noch ein Wort der Ermahnung und Aufmunterung an euch, teure Brüder, zu geben. Den Stoff dazu gibt uns eine Stelle im zweiten Briefe des Paulus an Timotheus, die Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Dort heißt es in der Schrift, Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, indem ich Leid ertrage bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der auserwählten Willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Vier Gedanken sind es, die ich aufgrund dieses Wortes euch zur Beherzigung mitgeben möchte. Erstens die Ermahnung, Christus im Gedächtnis zu behalten. In folgender Hinsicht, wie sich aus dem achten Vers entgibt, erstens also die Ermahnung, Christus im Gedächtnis zu halten und dann drei Unterpunkte in seiner heiligen Menschwerdung und tiefen Erniedrigung aus Liebe. Zweitens in seinem stellvertretenden Leiden und Tod und drittens in seiner Auferstehung und seinem glorreichen Sieg über Tod und Teufel. Der zweite Punkt ist dann, zweitens ein Hinweis auf das Geheimnis der Kraft, die den Zeugen Jesu Christi aus seinem Gedächtnis zufließt. Das sind die Verse, über welche mich leide bis an die Bande. Drittens betrachten wir zu unserer Erweckung die heilige und uneigennützige Liebe, die das Gedächtnis Christi wirkt und erhält in den Herzen der Zeugen des Evangeliums. Das sind die Verse, darum dulde ich alles und so weiter. Und viertens, schließlich erquicken wir uns an der beseligenden Gewissheit, die Paulus hatte, die aber auch wir haben dürfen, dass seine Arbeit, seine Liebe, sein Dulden nicht vergeblich sein werde in dem Herrn. Das sind dann dieser letzte Vers, deswegen erdulde ich alles. Also, zuerst sehen wir auf die Ermahnung des Apostels. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Unter den Fähigkeiten, womit Gott unseren menschlichen Geist geschmückt hat, da steht das Gedächtnis an erster Reihe. Es ist an sich selbst gleichsam ein liebliches Schmuckkästchen, bestimmt zur Aufnahme und Bewahrung dessen, der mit Recht das höchste Kleinod der Seele genannt wird. Jesus Christus, unser Herr. Welch ein köstliches, hohes Gut, das wir nicht bloß vernünftig denken können, sondern imstande sind, das Erlebte in der Erinnerung festzuhalten, lebendig festzuhalten. Das Erste nun, wenn Gott die Seele für sich genommen hat, ist, er beansprucht unser Gedächtnis für sich, um in uns zu leben. Dies ist das Höchste und Seligste, was sich nur denken lässt. Und obgleich alle Kinder Gottes ihr Gedächtnis in der rechten Übung halten sollen, so noch ganz besonders, die Zeugen des Evangeliums. Diese haben es immer nur mit einem zu tun, denn aus diesem einen ergibt sich alle wahre Befähigung zum Predigtamt. Es ist leider eine Tatsache, dass dieses vielfach ignoriert wird. Daher die Besetzung der meisten Kanzeln mit Leuten, die der Herr dazu nicht berufen hat und die ihn nicht erkannt haben. Und doch erwächst daraus der größte Schaden für Christi Reichssache, wenn sich Unwürdige, nicht vom Herrn berufene Söldlinge auf sein Arbeitsfeld drängen. Sei es auch nur, um ihren eigenen Ehrgeiz zu befriedigen und ihre Taschen zu füllen. Nur solche, die zu Jesu Füßen gesessen, also in der rechten theologischen Anstalt gewesen sind und an seinem Herzen liegen und von seiner Heilandsliebe angefeuert werden, das sind die Leute, die er brauchen kann. Solche waren die ersten Apostel und die ersten Zeugen. Solche waren sie, wodurch sie Siege errungen haben, wie seine in späteren Zeiten, weil es später dahin kam, dass das Predigtamt fast allgemein nur noch als Broterwerb betrachtet wurde, wodurch sich die Leute dann bereichern wollten. Sie dachten, es wäre ein Beruf, mit dem jeder Geld verdienen kann. Die Apostel aber konnten bezeugen, die Liebe Christi drängt uns und wo diese fehlt, da fehlt alles. Auch dann noch, wenn der Kopf voller Gelehrsamkeit ist. Der Zeuge der Wahrheit hat es immer mit Christus zu tun. Ist Christus nicht Anfang, Mittel und Ende, nicht Stern und Kern der Predigt, so hat sie keinen Wert und kann keinen Erfolg haben. Alles seelengewinnende Zeugnis hat Christus zum Gegenstand und zum Inhalt. Er ist A und O dessen. Wenn Paulus uns das in wenigen Worten mitteilen möchte, so sagt er, wir predigen den gekreuzigten Christus und es sei fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Also, das Erste, womit ihr euch bemühen müsst, Herz und Leben anzufüllen, ist die Wahrheit, dass Jesus Christus, der Sohn des ewigen Gottes, in unser Fleisch gekommen ist und unser Bruder geworden ist. Aus dem Samen Davids, schreibt Paulus hier. Das ist die große, überwältigende Lehre, die uns allenthalben in der Bibel entgegentritt. Gott geoffenbart im Fleisch. Auf diesem Grund ruht das Gebäude seiner Gemeinde und steht unüberwindlich da, auch gegenüber den Pforten der Hölle. Treue Brüder, je klarer euer Blick in diese große, herrliche Wahrheit ist, desto seliger und froher werdet ihr sein. Das viele Wanken und Schwanken wird aufhören. Eure Seligkeit wird wie die aufgehende Sonne in ihrer Klarheit sein. O prägt dies ein eurem Gedächtnis und lasst es durch den Heiligen Geist alle Tage neu auf euer Herz schreiben, dass Jesus Christus, Gottes ewiger Sohn, ins Fleisch gekommen ist, um uns zu erlösen. Doch nicht nur an seiner heiligen Menschwerdung gilt es, Christus im Gedächtnis zu erhalten, sondern auch in seinem stellvertretenden Leiden und Tod. Christi, Leiden für uns sei der Gegenstand eurer Betrachtung alle Tage eures Lebens. Der liebe Bruder Köpner hat uns heute Nachmittag durch seine herrliche Predigt bis in den Himmel erhoben. Gern möchten wir dort weilen, aber sind wir noch im Stand der Pilgrimschaft, welcher wesentlich ein Stand des Glaubenskampfes und der Leiden ist, Darum muss unser großer Vorkämpfer in seinem Leiden uns unaussprechlich teuer und köstlich sein. Derselbe Apostel, der unser Textwort geschrieben, er gibt uns darüber Licht, wo er von der Gemeinschaft der Leiden Christi spricht. Er sagt, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, auf das ich seinem Tode ähnlich werde und hinankomme zur Auferstehung der Gerechten. Paulus hätte nun nimmermehr das Schwere, die Leiden, die Trübsale im Gefolge seines Wirkens durchmachen und ertragen können, ohne weich zu werden, wenn er nicht tiefe Blicke getan hätte in die Schmach, in die Leiden, in die Trübsale Christi, in die Schande, die man auf den unschuldigen Heiland gehäuft. Gleichsam wie Christus in der Welt war, unschuldig und doch ein Fegopfer aller Leute, ein Abschaum, ein Kehricht, also sollen auch wir seine Jünger und Nachfolger in der Welt sein. Nein, zwar Fleisch und Blut ist dieser Weg zuwider, aber es gibt keinen anderen Weg für uns in die Herrlichkeit als den Weg der Selbstverleugnung und der Trübsal, den uns der Herr selber vorangegangen ist. Blicken wir hinein in die Christenheit, nah und fern, so nehmen wir eine entgegengesetzte Tendenz wahr. Alles will jetzt vornehm sein und nichts mehr von dem Kreuzes tragen wissen. Da ist keine Gemeinschaft mit Christo in seinen Leiden, in seiner Armut und Niedrigkeit. Schmachvoll ist die Gleichstellung der Welt für Bekenner des Herrn Jesus Christus. Die Jünger des Herrn werden berufen, ihr, meine Treuen, werdet berufen, zu leiden mit Christus und um seinet Willen. Gar mancherlei sind die Leiden, die für uns in Christus sind. Diese hören nicht auf, wenn auch die Obrigkeit uns Schutz gewährt. Die Welt muss ihre Rolle spielen. Sie muss uns hassen, verfolgen, unterdrücken, schimpfen und verläumten, verlästern. Da ist es denn unerlässlich notwendig, dass wir uns täglich in die Erinnerung rufen durch Gottes Gnade, welch ein gehäuftes Maß der Leiden der Herr der Herrlichkeit hier durchgemacht hat. Er, der ein Leben voll der bittersten Armut, der Blöße und Entbehrung führte, so dass er keinen Ort hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Ein Leben reich an Mühen, voll Verachtung, Elend und Kummer. Ein Leben, wo man versucht hat, ihn zu töten und endlich, als seine Stunde gekommen war, ihn ans Kreuz schlug, wo er den schimpflichen, qualvollen Tod erlitt. Und noch zuletzt für seine Feinde betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Aufforderung, Christus im Gedächtnis zu behalten, erstreckt sich aber nicht nur auf den Leidenden und auf den Sterbenden Heiland, sondern mehr noch auf den Fürsten des Lebens, auf den Auferstandenen. Paulus schreibt hier, halte im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, den großen Sieger über alle feindlichen Mächte, über Sünde, Welt, Teufel, Tod und Hölle. Alle Einseitigkeit im Christentum ist schändlich und verwerflich. Solche, die es immer nur mit einem blutenden und leidenden Heiland zu tun haben, sie laufen Gefahr, in einen krankhaften Zustand zu verfallen, einem armen Sündertum, das Gott missfällt. Es ist wahr, wir sind arme Sünder vor Gott und wir dürfen das nie aus den Augen lassen. Doch wenn es bei uns zu einem freudigen Bewusstsein unserer Kindschaft Gottes kommen soll, so muss der Auferstandene von den Toten, der den Satan überwunden hat, täglich der Gegenstand sein unserer gläubigen Betrachtung. Alle Tage aufs Neue müssen wir uns mit ihm befreunden. In seine Gemeinschaft müssen wir eintreten, um gesund im Glauben zu sein und unsere Stellung zu behaupten. Denn im Sieg Christi liegt unser Sieg. Die Tatsache seiner Auferstehung, sie liefert uns die Bürgschaft, dass auch wir auferstehen werden. Er lebt und darum sollen auch wir leben. Er hat gesiegt, darum sollen wir die Frucht seines Sieges genießen und selber siegen. Er sitzt zur Rechten Gottes als der Auferstandene und er hat nun Macht über alles Fleisch, über alle Menschen, auf das er allen Gläubigen das ewige Leben gebe. Ja, o gedenkt fleißig in eurem Gemüt des menschgewordenen, leidenden und auferstandenen Gottessohnes. Paulus, dieser große Charakter, er redet aus seliger Erfahrung von einer ihm innewohnenden, überwindenden Kraft. Das ist auch der zweite Punkt, die Kraft, wenn er sagt, über welchem ich leide, bis an die Bande als ein Übeltäter. In der bleibenden Gemeinschaft eines solchen Heilandes, in der täglichen lebendigen Erinnerung an ihn und seiner Gnadenfülle, da wird uns im Glauben die Kraft zuteil, deren wir bedürftig sind und die wir selbst nicht besitzen, um dann das Werk des Herrn zu treiben. Eure bevorstehende Arbeit, liebe Brüder, das Werk des Herrn zu tun, ist eine saure Arbeit. Euer Beruf ist ein schwerer, ja, der allerschwerste, zu dem Gott einen Menschen bestimmen kann. Zu demselben bedarf es großer, sich stets erneuernder Kraft. Solcher Kraft, die niemand euch mitteilen kann, als allein der Sohn Gottes. Diese Kraft Christi, sie war es, die stets in dem Apostel wohnte und die ihn so erfolgreich und unüberwindlich machte. Sie ist es. Sie ist es. Die auch uns Not tut. Denn ohne sie sind wir untauglich, unsere Hand an den Flug zu legen. Treu und unermüdlich bis zum Feierabend für Gott zu wirken und zu arbeiten. Und drittens, die lebendige Erinnerung an diesen treuen Heiland, sie erzeugt und nährt eine heilige, uneigennützige Liebe in den Herzen aller Gotteskinder, insbesondere der Wahrheitszeugen. Paulus schreibt hier, darum dulde ich alles um der Auserwählten willen. Es war nicht Ehre, Gewinnsucht, Gemächlichkeit und so weiter, welche den teuren Apostel bestimmte, das ihm befohlene Werk zu treiben und nicht müde zu werden, sondern er gibt einen ganz anderen Grund an, in diesen Worten, die Liebe Christi drängt uns also. Man kann unmöglich in der Gemeinschaft des Sohnes Gottes stehen und sehen, welche Liebe er zu uns gehabt hat, ohne zu heißer Gegenliebe angefeuert zu werden. Wer den Herrn erkannt hat, der kann unmöglich, lau und unentschieden, lässig in dem Dienst Christi sein. Nimmermehr. Diese liebe Christi, sie muss, wenn sie uns zum Bewusstsein kommt, unsere Herzen glühend machen, vor Verlangen, ihn wiederzulieben und ihm Recht zu dienen. Wenn jemand von euch sich zu irgendetwas anderes als zum Missionsdienst berufen fühlt, dann beschwöre ich ihn, noch heute zurückzutreten. Gott kann keinen Segen auf die Arbeit legen, die nicht aus Liebe zu ihm getan wird. Ja, und der vierte und letzte Punkt, gewiss nicht vergeblich. Diese Erinnerung und dieses treue Gedächtnis halten seines Herrn verbürgte dem Apostel schließlich die Gewissheit, dass seine Arbeit und seine Mühe, sein Dulden, seine Aufforderung nicht vergeblich sein werden. Er sagt uns, warum er das alles gelitten hat. Zuerst um des Heilands willen, so dann um der auserwählten Willen, die durch seine Arbeit gerettet wurden. So soll es auch bei uns sein, meine Brüder. Umsonst zieht ihr nicht hinaus ins Arbeitsfeld unter lauter Mühen und Kämpfen. Euer Zeugnis wird nicht vergeblich sein, wenn Gott auch nur eine Seele durch euch belehrt. So ist dies schon ein überschwänglicher Lohn in den Augen des Apostels und des Christus. Doch ihr dürft hoffen, dass viele teure Seelen durch euch für Gott und den Himmel gewonnen werden. Bedenkt nur, Christus sendet euch und kein Mensch. Und die er sendet, die sind dann auch die rechten Leute am rechten Ort. So zieht denn hinaus, nicht aufs Ungewisse, denn das macht euch von vornherein untüchtig. Nein, zieht hin mit Trost und freudig im Namen des Herrn. Diese Gewissheit muss mit Flammenschrift in eure Herzen geschrieben sein. Schwach, elend, untüchtig in mir selbst. Ich habe das Wort des lebendigen Gottes meinen Mitsündern zu verkündigen. Diesen Auftrag habe ich von Gott und er wird sein Wort halten. Sein Wort wird ausrichten, wozu er es gesandt hat. Hier und da sind Seelen, die durch euer Zeugnis gewonnen werden sollen, die ihr Seligkeit und dort die Herrlichkeit erlangen sollen. Die hier die Seligkeit und dort die Herrlichkeit erlangen sollen. Teure Brüder, lasst mich euch denn herzlich bitten, eure Herzen und Köpfe nicht mit allerlei Wind der Leeren anzufüllen. Jesus, Jesus und nochmals Jesus sei das beständige Thema eurer Predigten. Je mehr ihr der Welt erzählen könnt, was er getan hat und immer noch tut, wie er aufnimmt alle, die zu ihm kommen, desto mehr wird eure Arbeit gesegnet werden und gesegnet sein. Gott schaffe es, dass Jesus den ersten Platz in eurem Herzen einnimmt. Heute, jetzt und immer da. Amen. Soweit die Predigt von Johann Gerhard Onken. Mich hat diese Predigt sehr bewegt und deswegen möchte ich noch ein Zeugnis anschließend von mir persönlich geben, dass dies, was er den Missionsarbeitern gepredigt hat, damals und auch der Gemeinde, dass das auch für uns etwas ist, was wir, wo wir lernen können von, wo wir selber nicht nur, wenn wir jetzt wie der Nathanael als Missionar, Prediger, Pastor berufen sind oder als Iakone, wie Daniel und Samuel, sondern auch für jeden von uns, die wir Gemeindeglieder sind, die wir Christen sind, was wir davon mitnehmen können. Dass wir lernen können, Gott befähigt, jeden Christen Zeugnis zu sein von ihm und dem Herrn von ihm weiterzuerzählen und zu verkündigen. Zum Beispiel während meiner Studienzeit in Geisenheim im Rheingau, da legte es mir auch der Herr besonders auf mein Herz, eine Last für die Menschen meiner Umgebung zu haben. In dieser Zeit erzählte ich vielen Kommilitonen und auch anderen Menschen von dem einzigen Heilsweg durch Jesus. Und ich durfte dann auch erleben, was Onken hier predigte, obwohl sich viele lustig machten und mich wohl für einen religiösen Spinner hielten, so kamen doch trotz all diesem Widerstand drei Studenten zu dem Bibelkreis, den Susanne und ich bei uns in der Wohnung abhielten. Und in vielen Gesprächen bezeugten wir den Studenten das Evangelium. Und wir durften dann nach dieser Zeit, nach ein oder zwei Jahren erleben, dass eine Studentin, kurz nachdem ich schon meine Zeit des Studiums abgeschlossen hatte und eigentlich schon wieder zurück war, hier in Herborn, dass sie zum Glauben kam und durch Gottes mächtige Kraft gerettet wurde. Sie wurde dann hier in unserer Gemeinde getauft und sie ist jetzt auch Mitglied in der Gemeinde in Frankfurt. Und es ist nicht unser Verdienst, liebe Brüder und Schwestern, wenn der Herr uns benutzt, ja, Menschen in sein Reich zu bringen. Es ist nichts, was wir tun können. Er benutzt aber uns schwache Sünder als Werkzeuge zu seiner Ehre, um Menschen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht zu bringen. Und deswegen lasst uns das tun, lasst uns das Evangelium verkündigen und Zeugen davon und Gott dafür alle Ehre geben und danken, was er für ein Werk tut. Amen. 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 Vielen Dank.